jo leute bombastischen guten tag und willkommen zu 1v1 zusammen mit dem fleno hallo ihr könnt euch vielleicht denken warum ich den fleno dazu geholt habe und zwar weil er mich ja hier in ich wollte schon wieder legend sagen in finish weggekombot hat und deshalb wollen wir jetzt heute mal gucken ob er wirklich viel besser ist als ich ich wage zu behaupten dass wir ungefähr gleich gut sind das hatte ich auch hier mit unserem boden skills ja kein getroffen scheiße das war mein fehler scheiße das war mein fehler ja halbes herz ich habe dich am ende weggekommen und du hast mich nicht mehr getroffen ja okay jetzt mein kit okay bei deinem kit muss ich ja mal alles geschlagen okay da muss man mich kurz nochmal für um achte langsam scheiße das mache ich jetzt mit infekten ja ich bin schweiße ja ich bin schweiße ich habe den darf einmal nicht habe ich nicht hot gehen können das sagt recht noch hex aus weil du dich in der luft zugedreht hast ja ja und up step combo versuche ich jetzt mal okay nein ja okay ja okay wenn ich das jetzt noch schaffe hast du diese tricks gesehen okay ich bin am arsch ein herz stand bei mir ich habe eigentlich zwei euro 1,5 ok komm mit deinem kit wieder so ich wäre gerne weiterhin lebt mann ich sag die ganze lebtchen warum ist ähnlich irgendwie ist so von dem sinn her ich hatte mich heute nämlich extra so geguckt was so tränke und so sind und da hatte ich gg 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 jetzt komme ich mal an ich bin bester feuerspammer den es hier gab wie man sieht jetzt hast du wasser böse ich habe das ich habe mein ich bin nicht behindert ich bin nicht verdammt ja 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 gg ich habe mein feuer das ist wie nicht geschlagen ja ich habe mein feuerzeug in winter geht online ich die mir ich habe gerade irgendwie ein sprachfehler okay die welt ist eigentlich für bogen kämpfe so richtig geil so hey wie triffst du mich durch das loch nein okay das war's du bist tot ich kann dich jetzt weg bringen was übertreibt jetzt mal nicht weil der ernsthaft lächerlich absolut lächerlich der setze ich eh wieder voll gereckt und dann alter schwede ja jetzt habe ich nee boah ich bin so lang weggelaufen ich habe äh alle meine goldäpfel fast weggefressen ich habe dich noch bekommen äh scheinen kreis so richtig ich habe dich herausgefordert ohja ich mag die map ich mag sie auch ich hab da immer so meinen kleinen trick denn wasser Eimer sind durchaus nützlich aber sehr unsozial von dir ich hab den besten spot zum krank ja ok es ist wasser und ist jahr人 dort ist mich gewägt noch mal ja okay machte noch mal mit einem mlg geht es ist auch noch nicht die map das ist ich weiß nicht ich weiß ja nicht unbedingt die maps heißen ja gras hohes gras schnee beste dann muss er schon sein erstmals die feste immer wieder drauf rein wo bist du ich kann man aber nicht sitzen und noch mal zwei pfeile hinten rein okay dank dass du mir die zeit gegeben hast einen goldapfel zu essen jetzt okay jetzt kann es weitergehen ich weiß dass es jetzt habe ich was hat man da war immer wohl nicht du hast alles legen lassen nein das war dann wie beim wasser einmal dass du den erst mal nicht setzen konntest blicke ja beste hast du dich selbst damit sind jetzt geht mein wasser einmal wieder perfekt so nein scheiß das momentan vielleicht hat mit dem wasser mein schlank hat ja ich sehe dich nicht richtig nicht richtig auch nicht und bei es konnte immer doch fest oder spannung auf jeden fall ich habe mir jetzt mal lava wieder da hinten hallo 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 scheiße habe ich habe ich habe ich habe ich richtig auf den arsch gerettet hallo scheiße ich wollte einmal ein auf shadow pro machen scheiße fegelt egal zum glück habe ich zwei und äh 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 nix mit nur sparen hier nix hier du kriegst mich nicht nix hier du kriegst mich nicht oh das war das war dann noch mal eine ganz krasse kombo am ende ja noch mal ja dann glaube ich dass das jetzt das letzte wollen wir wollen und dann wollen wir mit meinem kind weil es länger dauert oder ja okay komm es ist dein kind dann spielen wir danach einfach noch mal ok habt ihr noch mal ihr seht ja es ist eigentlich meistens relativ ausgeglichen jetzt im moment ist halt flehen und wir schon besser aber sonst hast du ja eigentlich öfter gewonnen ja jetzt hast du mich gekriegt zweimal jetzt hab ich nicht ja du hast mich weg gekommen und übelst knapp scheiße du oh gg so und das war's dann leute wir sehen uns tschüss das mache ich jetzt mit infekten get rekt